Herzlich willkommen zum Tutorial für unsere Lernuhr. Bei dieser aus wiederverwendetem Kunststoff hergestellten Uhr ist das Ziffernblatt erhaben und die Zeiger lassen sich sowohl von der Rückseite durch das Betätigen des roten Zahnrades als auch direkt am Minutenzeiger selbst verstellen. Dadurch, dass unsere Lernuhren die Kinder zum eigenständigen Experimentieren ermuntern, wird der abstrakte Begriff der Uhrzeit und ihre Tücken, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen dem System mit 24 Stunden und 60 Minuten und dem sonst üblichen Dezimalsystem schneller verständlich. So können die Kinder die Uhrzeit im wahrsten Sinne aktiv erlernen und begreifen. Als erste Anregung für mögliche Einsatzmöglichkeiten dient hierbei eine beiliegende viersprachige Anleitung in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache. Lernt man nicht am besten, ohne es zu merken.